So, wir sind auch wieder zum Scheißgegner, wa? Kann mir aber jemand helfen? Du, wo ist er denn da hinten? Okay, wo ist er? Meine Fresser! Ey, diese Ansicht ist echt zum Kotzen. Wo ist er denn da? Okay. Wo bin ich? Ja, ist schön, dass du da bist. Danke. Danke. Für ihr Riff, wo bist du? Nein, jetzt bitte nicht diese Scheiße, soo. Oh Gott, wie oft ich diese Scheiße nutzen muss hier, allein für solche Gegner. Oh, ich habe mich gerade geheilt, du voll Idiot. So, bleib doch mal in der Ansicht, ey, ehrlich. So schön, wa? So ist das praktisch. So, ich haue jetzt die ganze Zeit drauf hier, bis sie geht nicht mehr. Ähm, eigentlich wollte ich zu den da. Ähm, wo ist er denn da? Was macht denn der hier jetzt da? Ja, ich weiß nicht, ich mache ja, wo wir eigentlich den Warp-Antrieb machen, aber der macht ja alles andere. So, oder? Wie peinlich. Jetzt sei doch nicht so. Ich hatte wel Waffe denn my clin 다르, was ich spür of mich neben mir war. Ich bin so leicht, das zu sein. So, da bin ich wieder. Meine Frau kam gerade rein und wollte was. Ich habe mich gerade ganz schön gestört, aber ich weiß jetzt nicht. Ah, super. Oh man ey, du hast mich gerade geheilt. Iris, wo bist du? Iris. Mann ey, wie oft muss ich endlich halt schönes Väter nehmen. Oh ey, mach den Blatt jetzt hier, mach den endlich Blatt. Ist hier jemand? Nacht, alles klar? Danke. Das war's. Oh, endlich. Sie doch noch. Oh, da ist ja unser Schatz. Da hat mich aber auch einiges gekostet, um ehrlich zu sein. Da hat mich einiges gekostet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird er wieder durchbohrt. Ey, ich muss echt Sammeln und Geld annehmen, um die ganzen Heiltränke, also ich brauche echt Heiltränke. Ja, ich will das Spiel. Ja, deine Vorfahren. Alle sind schon tot. Man bringt das Leben überhaupt nicht mehr, wenn man überhaupt nicht tut. Dann hat sich die Planscherei ja wenigstens gelohnt. Zwei Kilometer. Wo muss ich denn hin, da raus? Jetzt müssen wir wieder zwei Kilometer laufen, ich glaube es ja. Ist ja nicht normal, oder? Schafft er es denn nicht da rüber zu sprinten? Und nö ey, muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Ich glaube mir dritten fährt. Ich glaube mich dritten fährt. Wieso geht denn diese F-Taste nicht mehr? Es ist ganz schön dunkel auf einmal hier vorne. Muss ich zugeben. Gut. Ich habe keine nutzte Kämpfe von Toir. Das war es dann wohin! Ähm... Oh nein, meine Jüte. Ja, was? Also, man läuft in meine Richtung, wo ich will. Ey, ich lauf vorwärts. Ich lauf in genau in die andere Richtung. Was ist denn mit dem Not hier? Ist der behindert oder was? Och Mann, ey. Ich krieg die Kratzer. Ich will hier raus. Ich will einfach nur hier raus. Ich krieg echt die Kratzer. Ich will nicht tanzen. Kann mir mal jemand helfen? Ich verschwende hier mal einen Heidtrinker. Ich habe keinen Bock mehr. Kommt. Hab dich jetzt mal nicht so. Meiner Fresse, ey. Ich verschwende mal eine Heidtrinker für Kämpfe, die nicht wert sind. Ich bin kein Fan von mir. Ich will doch nur hier raus. Mann und lieber, ey. Ich krieg doch echt.